Jodhap, auf der Weg Ihr kommt gerade rechtzeitig, Mhansing. Wir müssen sofort nach Agra aufbrechen. Mahatab geht es nicht gut. Dieser Schurke hat Mahatab vor meinen Augen angegriffen. Ist ihre Wunde sehr tief? Dann sollten wir keinen Augenblick verlieren und aufbrechen. Du hast recht, gehen wir. Nein, Majestät, ich bin nur ein wenig müde. Aber jetzt, wo Ihr hier seid, geht es mir besser. Majestät, warum schlägt denn Euer Herz so schnell? Dem Himmel sei Dank, dass wir Dich gefunden haben, sonst würde es nicht mehr schlagen. Mir geht es genauso. Ständig sehnte ich mich danach, dass Ihr endlich kommt und mich rettet. Wärt Ihr nicht gekommen? Wer weiß, was aus mir geworden wäre. Es war vorbestimmt. Außerdem war das Zeichen, das Du für mich hinterlassen hattest, Gold wert. Nur durch das Zeichen konnte ich Dich finden. Ich war mir nicht sicher, ob Ihr es entdecken und es darüber hinaus auch noch entschlüsseln könntet. Ich danke Gott, dass ich Dich gefunden habe. Weiter will ich gar nichts, Choda. Von jetzt an lasse ich Dich nicht mehr aus den Augen. Ich werde Euch sowieso nicht mehr verlassen. Egal, was passiert. Ich werde immer bei Euch bleiben, Majestät. Egal, was passiert. Kommt hoch. Kommt, hoch mit Euch. Setzt Euch. Was? Es gibt hier nur Alkohol. Nämte. Nehmt etwas Opium. Das wird eure Schmerzen lindern. Oh Allmächtiger, die Frau ist deine seltsamste Schöpfung. Ich habe dich so gequält, aber ich weiß genau, dass du mich trotzdem nicht einfach sterben lässt. Weißt du, Bakshi, was ich im Austausch für Königin Joda verlangt habe? Dich. Nicht aus dem Grund, weil ich dich liebe, sondern weil ich mich endlich an dir rächen wollte. Und jetzt kommst du freiwillig hierher, ohne zu wissen, dass du sterben wirst, um mich zu retten. Ihr könnt euch nur an mir rächen, wenn ihr am Leben bleibt. Ich kam aber nicht hierher, um euer verdorbenes, kleines Leben zu retten. Ich kam, um euch vor meinen Augen sterben zu sehen, um nicht mehr zu leiden. Hör doch auf mit dem Unsinn. Ich weiß, dass du nie fähig wärst, mir irgendetwas anzutun. Denn du liebst mich einfach viel zu sehr, Bakshi. Ich habe es bereits getan. Ich habe sowohl den Alkohol als auch das Opium, das ihr zu euch nahmt, vergiftet. Ach ja? Wenn du das wirklich getan hast, warum spüre ich dann noch nichts davon? Gift. Baxi, Wannu, bitte, bitte, rette mich. Auf keinen Fall. Nachdem ich sah, in welchem Zustand meine Tochter war, stand mein Entschluss fest. Euch ohne das geringste Mitleid zu töten. Bitte, vergib mir, Baxi. Für die Grausamkeiten, die ihr Matab und Jodah angetan habt, gibt es keine Vergebung. Ihr habt die Frau entführt, die unsere Tochter wie eine Mutter aufzog und mich immer wie ihre eigene Schwester behandelte. Der allmächtige Gott möge mir vergeben, dass ich meinen Mann töte. Aber die Verbrechen, die ihr begangen habt, können euch nicht vergeben werden. Das kannst du nicht tun. Beim Morgengrauen wird Jarl als süßes Kind nicht mehr am Leben sein. Wenn du irgendetwas verrätst, dann töte ich sie auf der Stelle. Ich frage mich, wo Baxi hingegangen ist. Mahataps Zustand verschlechtert sich mit jedem Moment. Macht euch keine Sorgen. Alles wird gut gehen. Die Soldaten suchen bereits nach Baxi Bano. Sie wird bald zurückkommen. Mahataps wird auch bald wieder gesund. Jodah! Du bist zurück, mein Kind! Ich war mir so sicher, Jalal, dass ihr Jodah zurückbringen würdet. Mahataps wurde verletzt, als sie versuchte, mich zu retten. Wenn sie nicht versucht hätte, Charifudin aufzuhalten, wäre das nicht passiert. Es ist nicht deine Schuld, Liebes. Ich danke dem Allmächtigen, dass du zurück bist. Wo ist Charifudin? Ich habe ihn da zum Sterben zurückgelassen, wo er Königin Shodah gefangen hielt. Aber warum seid ihr alle so aufgeregt? Stimmt etwas nicht? Ist alles in Ordnung? Gar nichts ist in Ordnung. Ich weiß, wo Baxi hingegangen ist. Ratscher Birbel! Abul Fasal! Kommt auf der Stelle mit! Los! Mahatap! Mahatap! Heilerin, kommt schnell her! Mahatap! Bitte untersucht Mahatap! Es sieht so aus, als hätte sich das Gift der Wunde im gesamten Körper verteilt. Mahatap! Mutti, ruf schnell Seine Majestät hierher! Mahatap, dir wird nichts passieren. Ich bin bei dir. Ich passe auf, dass dir nichts passiert. Was ist mit Mahatap? Ich weiß nicht. Oh Gott! Heilerin, warum tut dir denn nichts? Ich tue wirklich mein bestes Majestät. Oh Allmächtige, hab Erbarmen mit meiner Enkeltochter. Das ist die letzte Dosis Medizin. Ich hoffe sehr, dass sie wirkt. Ah, ihr Puls ist normal. Wir müssen sie trotzdem weiterhin beobachten. Nun Heilerin, Mahatap wird auch wieder gesund werden, oder? Ich hoffe es von Herzenhoheit. Bakshi! Wie siehst du denn aus? Mahatap, dein Peiniger hat seine Strafe erhalten. Jetzt wird er dich nicht mehr quälen. Er ist nicht mehr am Leben. Ich habe ihn vergiftet. Jetzt kann dir niemand mehr etwas antun. Bakshi! Was hast du da bloß getan? Ich bereue meine Tat nicht. Ihr mögt alle denken, dass ich eine Sünde begangen habe, indem ich meinen Mann tötete. Es wäre für mich aber eine größere Sünde, diesen Mann, der meine Tochter gequält hat, nicht zu bestrafen. Ich bereue nichts. Du hast auch nichts zu bereuen. Du hast auf jeden Fall das Richtige getan, Bakshi. Ich wollte sowieso, dass er dort langsam verendet. Genau, Bakshi, Bhanu. Es ist keine Sünde, diesen Verbrecher zu töten. Du hast nichts zu bereuen. Du hast nur der Gerechtigkeit Genüge getan. Jodha, ihr müsst etwas essen. Nein, Mutti, ich möchte nichts. Nur ein kleines bisschen. Seine Majestät schimpft mit mir, wenn er nichts esst. Esst bitte was. In Ordnung? Oh, Mann, Mann. Oh Gott, das sind die Symptome dieser Krankheit, die sich überall ausgebreitet hat. Warum wird sie für meine Sünden bestraft? Oh Gott, Herr Krishna, wie viele Prüfungen müssen wir noch durchstehen? Was wird ihn dazu bringen, dass er so weit geht, seinen Kopf gegen die Wand zu schlagen? Welche Katastrophen liegen noch vor uns, die seine Majestät dazu bringen, verloren umherzuwandern? Oh Gott, Herr Krishna, wie viele Prüfungen müssen wir noch durchstehen? Jetzt bleibt die Flamme an. Majestät, unsere schweren Zeiten sind noch nicht vorüber. Das größte Elend liegt noch vor uns. Die Qual ist bald vorüber, Königin Schoda. Dann werden wir unser Reich von allen Schwierigkeiten befreit haben. Du darfst die Hoffnung bitte nicht verlieren. Ich verstehe nicht, warum ihr in meinem Traum euren Kopf gegen die Wand schluckt und ständig Warum hast du sie für meinen Fehler bestraft gesagt habt? Wen meintet ihr damit? Jemand, der euch nahesteht, ist in Gefahr. Aber wer ist es? Dies ist die Zeit der Prüfungen, Königin Schoda. Aber ich werde keinesfalls aufgeben. Ich stelle mich jeder Prüfung. Solange du bei mir bist, bin ich zu jedem Kampf bereit. Genauso wie du den Dorfbewohnern am Ende ihren Hass auf mich genommen hast. Ganz genauso werden wir unseren Untertanen die Wut nehmen, die sie auf mich haben. Alles wird gut werden. Scharmansur wird nicht vergeben. Er wird wegen Hochverrats angeklagt. Raja Birbel, ich will, dass ihr ihn gefangen nehmt und ihn mir vorführt. Jawohl, Majestät. Ich gehe. Abul Fasal, sorgt bitte dafür, dass ihre Hoheit Mahatab und die anderen Damen sicher nach Agra gelangen. Seid gegrüßt, Majestät. Hier ist eine Nachricht aus Tanishwar. Ratschermann Singh, lies die Nachricht bitte vor. Ja, Majestät. Es sind Neuigkeiten von der Schlacht. Prinz Salim wurde in der Schlacht verwundet. Wir können uns Mirza Hakims Armee nicht widersetzen. Wir brauchen sofort Unterstützung. Bereitet sofort alles für meine Reise nach Tanishwar vor. Mein Sohn bittet uns um Unterstützung. Ich muss jetzt unbedingt bei ihm sein. Wir müssen sofort etwas unternehmen. Oh mein Gott. Ihr habt Fieber. Oh mein Gott. Habt ihr euch etwa angesteckt bei den Patienten, die ihr gepflegt habt? Warum sagt ihr das nicht Seine Majestät? Ich sage es ihm. Du wirst auf gar keinen Fall jemandem von meiner Krankheit erzählen. Weder jetzt noch später. Verstehst du? Ich weiß doch, dass ich an dieser Krankheit leide. Was? Dann müsst ihr Seine Majestät sofort davon unterrichten. Ihr braucht medizinische Behandlung, Joda. Nein, Mutti. Ich werde mich schon selbst darum kümmern. Seine Majestät hat eine Menge andere Verpflichtungen. Es herrscht eine Hungersnot. So viele Menschen leiden an dieser Krankheit. Und Salim braucht dringend Truppen zu seiner Unterstützung auf dem Schlachtfeld. Sollte es passieren, dass seine Majestät irgendwie von meiner Krankheit erfährt, dann wird er nicht zögern, seine Reise abzusagen. Die Probleme seiner Untertanen überlasten ihn dann. Versprich mir hoch und heilig. Versprich mir, dass du niemandem davon erzählen wirst. Also gut. Aber dann müsst ihr mir auch etwas versprechen. Dass ihr euch gesund pflegen lasst. Das müsst ihr mir hoch und heilig versprechen. Und zwar jetzt sofort. Versprochen. Aber du darfst seiner Majestät nichts davon erzählen. Was soll seine Majestät nicht wissen, Königin Joda? Königin Rukaya? Das beantwortet meine Frage nicht, Königin Joda. Was sagtest du zu Mutti Bai? Nichts. Ich habe Informationen aus dem Nachbardorf erhalten, dass die Anzahl der Patienten dort dreimal so hoch ist wie der in Manikpur. Seine Majestät hat sich nach all den Tagen gerade etwas entspannt. Wenn er in diesem Moment davon erfährt, wird ihn das traurig machen. Ich will, dass seine Majestät sich auf die Schlacht konzentriert und nicht abgelenkt wird. Du hast völlig recht, Königin Joda. Wir sollten seiner Majestät nichts davon erzählen. Ich muss ehrlich sagen, wie du dich um die Menschen aus Manikpur gekümmert hast, ist mehr als bewundernswert. Als seine Majestät beschloss, dort hinzugehen, war ich erst eifersüchtig auf dich. Aber jetzt bin ich dir sehr dankbar dafür, dass ich durch dich gelernt habe, den Menschen aufrichtig helfen zu können. Noch etwas, wir werden morgen die Rückreise nach Agra antreten, aber ich werde dort nicht lange bleiben. Ich habe den Entschluss gefasst, in der Nähe von Agra den Kranken zu helfen. Das ist wunderbar. Ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen.